Bis es wirklich, bis alles auf grün ist. Ich möchte jetzt bitte nicht mehr gegen geschmolzene Gegner kämpfen müssen erstmal. Die nerven mich doch sehr, sehr stark. Vampirisch und geschmolzen ist eine wunderbare Kombination. Ja, ja, gut so. Eine gewaltige Phasenbestie. Was kann der denn so, dass er so gewaltig ist? Kann auf jeden Fall sterben. Besten Voraussetzungen. Und was haben wir denn hier? Turm der verdammten Ebene 2. Das ist auch ein schöner Speicherpunkt. Ja, freut mich. Ja, und dann wirst du sterben, Madame. Deine Suku-Busse. Suku-Busse? Oh, ein Suku-Busse. Dämonen-Verhältnis. Guck mal, er hier ist auch geil, ne? Der Dicke in der Mitte. Angekettet. Vielleicht wird er auch befreit. Vielleicht können wir den befreien. Das wäre doch mal was. Freiheit den Dämonen. Also ich habe das Gefühl, dass die Gegner hier unten gerade enorm an Stärkheit gewonnen haben. Und dafür, dass wir halt vorher gar keine Lebensenergie verloren haben, verdienen wir hier unten schon sehr, sehr viel. Also nicht, dass wir das nicht schaffen, aber... Reflektiert Schaden, Gewittersturm. Bringt ihnen aber nichts, wenn sie verspottet sind. Aber hier können wir auch mal... Komm, wir hüpfen. Und... Haben wir für 5 Sekunden etwas Verstärkung dabei. Wunderbar. Markante Schlinge. Aha. Werde ich noch lange erzählen. Naja. Da haben wir aber schon... Stärkere Gegner gehabt. Von denen du erzählen könntest. Aber mach, was du willst. Schon okay. Zack, zack, zack. Ih, die haben mich abgeschleckt. Ja, kommst du nicht durch den Schild durch, hm? Blöd, oder? Ja. Knochenhaufen, Knochenhaufen, Knochenhaufen. Es sind echt mächtig viele Gegner unterwegs. Ich freue mich schon auf den Boss gleich. Also ich bin mir fast sicher, dass gleich einer kommt. Nicht zu 100%, aber doch schon sehr. Außerdem kommt gleich noch was ganz anderes. Ich habe mich ein wunderbares Level ab. Dann haben wir ja schon wieder... Mit was haben wir angefangen? Mit 39 haben wir die Aufnahme angefangen, glaube ich. Ne, mit 38, oder? Das Spiel jetzt auch schon wieder viel länger als geplant. Egal. Musst du halt andere Sachen vernachlässigen. Tiki mal, komm, machst du mal zwei Quests. Und dann sind es auf einmal vier. Und dann sind es auf einmal acht. Und dann ist das Spiel zu Ende. Das wird nicht passieren. Aber theoretisch könnte es so sein. Oh, Stufe 41. Saustark. Haben wir denn hier? Nur die Weiher neu. Gleißen das Schild auf Flammen. Wir haben hier bald alles freigeschaltet. Ich erfülle dir deine Träume. Ich bin ganz schön nett zu dir. Was brennt denn hier gerade? Wer ist denn das? Achso, das bin ich. Ich bin aufgeflammt. Das mache ich mal rein. Jetzt doch. Auch wenn ich eben gesagt habe, nein. Und wir müssten auch mal wieder in die Stadt bald. Ähm. Feuerwiderstand ist vielleicht in diesem Fall gar nicht so verkehrt. Wenn es dann ein bisschen weniger Schaden ausmacht. So was? Nein. Aber vielleicht kriegen wir das ja noch hin. Hier unten. Ohne vorher. Entschuldigung. Ohne vorher in die Stadt zu gehen. Mal gucken. Mal, da ist was. Eine Laterne. Mit der wir gehen können. Das Herz der Verdammten. Wir haben es, äh. Ne. Haben wir nicht. Aber das ist jetzt, glaube ich, die letzte Ebene. Die haben mich umzingelt. Müsste ich sie mal blenden. Sehen sie nichts mehr. Das ist ganz schön blöd, ne? Da haben Leute irgendwie gespuckt. So was macht man nicht. Wie viel Gold haben wir eigentlich? 95.000. Wieso haben wir denn so wenig Gold? Achso, weil ich die ganzen Sachen entsockeln musste, ne? Dass er immer noch viel zu teuer ist. Das könnte man mal fixen. Jetzt verliert man doch alles, was man so angespart hat. Durch das Umsockeln von Gegenständen. Was man ja eigentlich... Oh, nein. Was man ja eigentlich relativ häufig macht. Alter, was ist denn hier los? Ich brauche Unterstützung. Hier, die mehr Leben, Sukobus, Arkan verzauberten Viecher machen mega viel Schaden gerade. So, jetzt sehen sie nichts. Dann können sie mich auch nicht angreifen. Mir. Dann können sie mir nicht angreifen. Na klar. Und hier laufen irgendwelche Debubs runter. Was ist denn das? Und warum leben sie das überhaupt so viele? Und warum leben sie noch? Und überhaupt? Die halten aber auch was aus. Na jetzt, Stück für Stück. Und diese anderen ganzen Gegner, die hier noch mit drin rumwuseln, machen es halt auch wirklich nicht einfacher, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich Schaden macht. Ja toll. Und was kriegen wir dafür? Ah, die Letten. Ja, fast. Aber wir gehen doch mal in die Stadt, wenn wir die hier kaputt gemacht haben. Das reicht hier hinten und vorne nicht mit dem Platz. So. Ja. Müssen wir. Zack. In 3, 2, oh. Das ging schneller als ich dachte. Händler. Meine Sachen sind kaputt. Boah, 1000. Die waren ganz schön kaputt. Hm. Oh, was essen wir eigentlich? Echt mal eine feine Sache. Jetzt habe ich Hunger. Vielleicht sollte man die Macher verklagen. Das Spiel sorgt für Fettleiblichkeit. Weg. Und da müssen wir den Stein rausholen. Ach, warte mal gerade. Können wir nochmal zurückkaufen? Wo ist denn das Ding? Da, 500 kostet es. Das könnten wir nämlich dem Templer in die Hand drücken. 4.395. Oh, nee. Ah, nein. Du kriegst deinen Knüppel wieder. Komm. Genau richtig. Komm, und da packen wir dir auch einen Stein rein. Machst du nochmal 300 Schaden mehr. Dann müsste ich einmal an meine Truhe und Stein, Stein. Irgendwas habe ich hier falsch sortiert. Was muss da hin? War das? Hm. Weißt du was? Ich verkaufe immer gerade das hier. Das ist Krempel, der eigentlich im Auktionshaus landen sollte. Und das muss eigentlich weiter runter alles. Das ist nämlich so. Ich glaube, so passt es. Außerdem können wir auch mal das hier alles rausnehmen. Den könnte ich noch zermanschen. Den auch. Ach, guck mal. Dann können wir ja den letzten Set-Gegenstand machen. Und dann ist die Truhe nämlich auch wieder sauber. Die Tränke hatte ich wohl alle schon. Naja. Gut. Dann gehen wir mal gerade nochmal zum Schmied. Jetzt dauert das hier auch schon wieder alles länger, als ich eigentlich geplant hatte. Egal. Wiederverwerten. Jo. Und den Gürtel. Vielen Dank. Und dann können wir nämlich Herstellen machen. Waffen schmieden. Alle. Dass man das hier sortieren kann. Also auf Nützlichse. Das wäre mir auch neu. Oh, dafür braucht man so einen komischen Feenstaub. Einhornglitzer. Achso. Waffe war es nicht. Rüstung. Cains Fingerlinge. Die fehlen uns noch. Oder? Ne. Jetzt hätte ich fast das Falsche gemacht. Oh mein Gott. Wir brauchen... Was brauchen wir denn noch? Die Riemenschuhe. Sind sie denn? Da. Herstellen. Ist auch relativ günstig. 750. Ist okay, oder? Ja. Und jetzt legen wir die an. Jo. Das ist generell alles nicht so gut, ne? Hm. Naja. Man trägt das jetzt halt. Irgendwie bin ich gerade unzufrieden damit. Egal. Äh. Juwelier. Ist das der... Das ist der habgierige Stan. Ach, guck mal. Und dann können wir hier auch noch die... Edelsteine gerade herstellen, wenn wir schon mal dabei sind, ne? Machen wir das gerade. Und sowas hatte ich noch nie. Ich möchte das auch mal haben. Perfekt. Wir müssten viel mehr Steine. Die kriegt man wahrscheinlich... ...alle erst, wenn man, äh... ...in dem Spiel weiter vorangeschritten ist. Zack. Und jetzt können wir zwei Perfekte machen. Und noch einen glänzenden... ...schön. Ja, es tut mir ja fast leid, dass ihr euch das hier jetzt gerade mit antun müsst. Aber Ordnung muss ja auch sein. Außerdem brauchen wir die Steine ja auch, ne? Guck mal. Jetzt haben wir schon einen quadratischen Rubin zusammen. Einen makellosen leider noch nicht. Und zwei. Und komm schon, komm schon. Keinen glänzenden jetzt bitte. Nein. Gleich haben wir es geschafft. Nur noch den Toppers. So. Edelsteine entfernen. Ach, 15.000 ist ja ein Schnäppchen. Können wir jetzt noch mal was herstellen? Was ist das denn hier? Schmuck herstellen. Können... Ach, wir haben gar nichts dafür. Okay. Äh, gut. Dann müssen wir ja nur noch Sachen verkaufen. Ja, wir tragen das Set jetzt noch mal so zwei Minuten aus. Und dann... ...würde ich sagen... ...legen wir das mal in die Truhe. Vielleicht kann man das ja noch mal... ...irgendwofür gebrauchen. Oder wir verwerten es wieder und kriegen dadurch irgendwelche ganz tollen Sachen. Oh, das ist ganz schön leer. Äh, dahin. Dahin. Wir haben echt viel zu wenig Edelsteine. Jetzt sollte man darauf mal sockeln. Habe ich jetzt alles verkauft? Wunderbar. Dann können wir auch wieder zurück zum Herz der Verdammten. Ja, das war ein relativ langer Exkurs in die Stadt, aber... ...wir machen das jetzt hier. Wir rocken jetzt hier die Scheiße fett. Ein Dämonenbehältnis. Und was ist da drin? Ein bisschen Blut. Ach, herzlichen Glückwunsch. Und wir machen echt... Das ist... Das ist Quatsch. Dass wir dieses Cain-Ding... Aber ich wollte es halt einmal gemacht haben. Zack. Und hier ist der nächste Champion. Vielleicht hat er was Tolles für uns dabei. Was macht er denn? Oh, mehr Leben, Diener. Okay. Und er hat mehr Leben und den Gewittersturm dabei. Das ist alles halb so wild. Ja, wir könnten definitiv mehr Schaden machen. Jetzt haben sie auf den Sprung. Das ist gut. Wenn man die blendet und die sich dann nicht mehr bewegen können und dann da reinspringt, dann trifft man sie auf jeden Fall. Alter. Das reicht doch jetzt. Vielen Dank. Eine undurchschaubare Visage. Cool. Also vielleicht. Zehn Minuten später haben wir dann auch mal fünf Gegner besiegt. Vielleicht. Ja. Die Kugel nehme ich. So. Und der letzte. Perfekt. Was ist denn das hier? Oh. Ja, natürlich macht das jetzt alles mehr Schaden, als das, was wir gerade tragen. Die Ketten reißen an ihrem Fleisch. Hört ihre Schreie. Soll ich süß. Ja, das ist aber ein Schaden, oder? Ja, das ist aber ein Schaden, oder? Ah, guck mal. Da ist Südea. Die Gebieterin der Lust. Südea. Entschuldigung. Ich habe deinen Namen falsch ausgesprochen. Ich hoffe, du vergibst mir. Und die wiederum ist jetzt gar nicht so stark. Also ich finde ja... Ja, aber sie haut ab. Das ist Herz. Es ist aber geschützt. Durch einen komischen Mantel. So, erstmal hier den kleinen Kram wegmachen. So. Ein lodernder Ghoul. Wir könnten auch abwarten, bis er dann verbrannt ist. Aber vermutlich passiert das nie. Die Töchter haben wir tot. Das Sündenherz ist tot. Ein totes Sündenherz. Jo. Ist das so. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn die da an der Stelle schon gekommen wäre. Also irgendwie kam mir das komisch vor. Das heißt, ich muss noch ein bisschen weiter laufen. Um sie dann endgültig zu besiegen. Ich hau mal raus hier. Zack. Da vorne blinkt es schon. Das ist ein gutes Zeichen, dass wir gleich an unserem Ziel sind. Also beim Turm der Verfluchten. Schön. Diese Ruhe. Herrlich. Nee, nee. Das ist alles völlig uninteressant. Also nicht völlig, aber doch, doch völlig. Das ist alles 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 völlig.